ich möchte zeigen wie sehr du in kapitalismus unterstützt dann gibt medaillen für eine kriegsanleihe aus also so hat es hat wir erst mal schnell unsere sachen platzieren ich hoffe ich mache ich das eigentlich kaputt damit ich habe das ding direkt auf das andere mitnehmen mitnehmen bot abwurf wir sind gerade erst gespawnt die wissenschaft braucht uns ja das wäre mit den häusern oder nicht von wo kommen sie von da dass ich mit meinem geschützt klopfen schon mal die dinge aktivieren wo sind sie ich habe so ein haus ja wir müssen die häuser schon öffnen wir müssen nicht vor allem das sagt ja er hat schon überleben keine sorge leute haben eine probe wenn man genug türen auf meiner menschen irgendwelche was überleben naja kommt auch welche von ihrem auch welche jetzt mal hat man geschützt erst geil so viel haben wir schon gerettet wenn ich jetzt die anderen türen finden würde ich habe das gleiche ding wieder aufgemacht ich weiß ja noch irgendwo eine andere türen ich weiß nicht wo die andere türen ist du aber dann bleibe ich immer ein mache ich immer wieder die aufhören ja die sind alle gestorben da man kann du bekommen leute überlebt ich komme dazu irgendwas zu machen weil er hat ein schild er weckt das stück aber einer hat es geschafft cool mein gott durchdauern durch spritz war kann man ihn nur hier die werden ja alle sterben dieser blöden wir müssen erstmal die leute die alle kaputt sind wo eine andere türe ich glaube da ist noch eine andere türe ja jetzt noch eine ich wusste sie würden uns retten ja klar natürlich war es nur gedacht nein du sollst nicht da abhalten blöds dinge okay bist du bei der einen tür ich bin bei der anderen dann nehme ich an über mehrere chancen damit die herauskommen ja da mein geschützt war auf das ich weiß nicht ob da verbringt ich glaube nicht noch mal die tür auf dann war genug türen aufmachen dann wird schon irgendjemand hier durchkommen aber was passiert habe ich mal auf mich so geballert und von raketen verwüstet ja was auf eine granate rakete da habe ich jetzt bist du ich gestorben bin naja ist natürlich kommt er aus ihr stücke er sagt er aus dem weg für die zivilisten ja aber wenn ich jetzt wüsste wo meine sachen also dann naja ich kann nichts und da warte hier oder weiter nicht stimmt ich habe ein anderes maschinen gewährle von kohle aber meine proben sind das was ich suche okay wir von der einen tür die ich eröffne scheinen sie die ganze zeit zu überleben wissen alles bei mir am nachladen ich habe ehrlich gesagt ziemlich ruhig ja einigen stecken ja ich wollte sagen dann steht es kaputt war irgendwo bin ich heruntergefallen ich glaube da muss ich mich gleich darum kümmern da geht er ab leute nein doch schon spritzen gedrückt nein ich werde mich genau dahin ich gehe mal und das sind was hat denn da doch klar das war gestorben aber ja ich weiß nicht wo du bist aber natürlich auf deine tatsächlich wieder deinen dingen gefunden also ich dachte ja du bist noch zeitgleich mit mir gestorben ich dachte du bist auch wieder wieder belebt ich dachte da wird schon wieder so zählen so aber weil sie sind tot weil wir jetzt gerade wieder dann geht es kaputt nein 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 5 6 7 kräft aber mein gott schicht den der kaputt kollege nein ich mich durch stück aber mein gott bord abwurf entdeckt kohl ich suche nur eine türmann da ist natürlich ob die ja überleben werden das sagt uns türen ja keine sorge leute hier draußen ist es sicher hört ihr auf auf die zu schießen ja ich einen damit erledigt aber hallo erläuft da mitten in die explosion hin naja das glaube ich die die ich die ganze zeit öffne ich habe mal deine geöffnet ja ja fänger weg von denen so ein stück so überlebt das gefäß der kaputt geprügelt direkt so war er manchmal sind die in zwei drei schüssen aber dreißig sehr gut ja manchmal sind die in zwei drei dinger weg manchmal schießt das thema auf die in diesem hälfte ja ja na ja gezeichnet ja 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 nein ich will nicht rutschen ja ich habe mein sprung paket gerade nicht nein da gab es da oben mal in proben eine probe ich komme auch das wieder hoch wir hatten so viele proben wir sind ja welche nachschub hin und ein geschützt kann auch irgendwo hier wer du fällst da wieder runter du bist da schon wieder untergefallen mein gott aber so stück ja ich habe auch einige verloren hier der probe habe ich eingesammelt gehöre nicht so weit da draußen ist es kalt ich tue den sprungpaket dahin stellen da kannst du da hoch springen ich war kreativ gerade gedacht noch ein paar sekunden noch immer seid hier jetzt ist ja nichts mehr übrig meiner war mit der explosion hier ich sehe gar nix auflegen wir hin gerade rechtzeitig aber so schnell erledigt haben ok auf jetzt den sekunden das gesehen 0 erfahrungspunkte wie könnt ihr sagen da waren eindeutig noch 14 sekunden übrig ja dafür immer drei sterne wie sagen wir volle punkte von eisen bürger getätet ja vielleicht 1 oder 2 mit ein paar granaten hier weg gepustet die standard von sohn hat hier ist okay ich muss da prioritäten setzen die dinger die kommen immer neu also die wissenschaftler also so respond schon irgendwo risiko arme mission da wäre natürlich cool man rock ich will da meine beiden geschütze was habe ich aber ich bin der beste der besten so schön ja ja du stehst ja gerade mit schneebeinen ja ich bin gerade unter der karte meine kamera ich kann nichts machen ich kann den berg von innen sehen das ist gerade scheiße was mache ich jetzt kannst du mich mal umbringen bringt da was bringt da irgendwas bei dir mein gott dann packt die sachen auf diesem planet nicht an da sind gegner das hat jetzt schon wieder verstärken rufen ist klar manchmal ich habe mal gesagt motor er weckt sich so typ sich so typ segen typ aber geh auf mich zu schlagen damit das voll nervt und da ist noch einer so schon sagen hat er schon wieder einer gerufen ich habe so rote strahlen gesehen noch jemand das magazin ist hat er hat fast angegriffen ich habe gar nicht geschossen angegriffen wie macht man das jetzt hier das weiß man muss die tür aufgeht bis einer rauskommt oder kann man mal so wie macht man das ding kaputt ich habe es nämlich noch nicht die dingen eliminiert von explosion ich habe das ding noch nicht angeschossen war ja schon mal gut an die mission wieder bedingung für dich machen damit du ja ausgeglitscht wie macht man diese fabriken kaputt ich brauche nicht so probe probe da bin ich in wien reingelaufen kann natürlich auch sein ich wollte ich wollte da rein werfen als die tür aufgegangen ist so macht man ja auch kaputt ne warte ich warte bis das ding aufgeht ich habe da oben schon versucht rein zu machen irgendwie nicht geklappt was man auch ich versuche eine granate rein zu er ist ein schlechter start gerade weil ich aufstehe ich würde gar nicht mehr diven er bringt irgendwie nicht die tür ging aber auch die ganze zeit nicht auf ich muss noch zurück weil da sind meine ganzen sachen und meine proben ich sehe dich da im schnee ich sie auch meine proben proben muss man maschinengewehr ja ich glaube da müssen wir auch aber ich meine erst zweiten menü geöffnet hat die mit nachladen aufgehört ich habe voll nervig hefte erleben da übrig mission erst mal startet aber die zu gegner machen wir nicht immer so lassen das namen zucken ist man die materie gewähr müssen wir machen müssen wir machen start kurz jetzt müssen wir zum anderen schneesturm im gang also ich habe lieber stehstimme als noch hat da sind gegner ganz viele so funktioniert also logik ja so ich kollegen nach so neun mal okay sieben proben wie immer die den neuen dort mal welche ich glaube die uns gesehen ich kann noch anladen gegen die atst ist da machen also also gesehen wie er angesprungen haben da sind sie da kommen sie machen sie fertig bevor sie überhaupt da sind gehst du kaputt diese ein typen manchmal kriegt die kaputt manchmal nicht oder ja hier sind wir hier muss man wollen wir nachschub ich bin trotzdem nein 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 aktiviert startcodes 1 wird noch jetzt muss jetzt die sie los machen wird geladen jetzt geht es wahrscheinlich erst mal wieder ab wo weiß ich auch nicht oder ganz hinten läuft einer aber ich glaube der sieht uns nicht na los macht schneller stück c4 ich verstehe es bitte warten vorräte warum man macht einen optisch nachdem gemacht du schaust unserer demokratie demokratie kann nicht zerstört werden warum ich hab dich doch in meinen arm gehalten nein zeug mir den fein da ich war ich habe ich festgehalten ich habe mich zu hart gedrückt oder ich auch das leidenschaftliche feuer der demokratie hat mich also nie so viel so beatboxen die ganzen roboter hier mit waffen also ja ja vielleicht werde ich zurück ich habe Angst, ich will noch mal ein Schneeball machen, aber ich habe Angst, dass dann passiert ich mache das, was ich mache ich mache das ich mache das überhaupt ich mache das, ich mache das ich mache das, ich mache das ich mache das, ich mache das wo kommt ihr mein geschütztes fertig für euch nein kommen sie kommen wir auf uns los ich habe mich getroffen bleib mal stehen ich weiß, was hat Spaß mit Schneeballen, aber hier sind Gegner Schneeball nein eine granate den tödlichsten aller schneeball aber der koppel nicht zu aber ich habe ich habe ich habe ich habe Karte, du ich hier. Ankunft Zeit, T-minus 30 Sekunden. Ankunft Zeit, T-minus 20 Sekunden. Mann, pass auf, da. Oh. Ich hatte ja nicht schauen, habe ich irgendwie keine Gäste für gekriegt. Ja, ja, ja. Ich kann die Evakuierungszone sehen. Nein. 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 Ich habe ein bisschen mehr Nachschub. Und seitwärts sprungen. Ich würde sagen, komm rein, wir ist kalt. Okay, da war natürlich. Und bis auf das Chaos, das wir am Anfang hatten. Ja. Du musst auch mal einen Schneeball machen, daher. Ja. Aber ich sag mal, er sehe. Du hast nur Zugriff auf Schneeball. Ja. Du hast nur Zugriff auf Schneeball. ein Punkt, um irgendwas zu holen. Mit meinen Proben. Du hast nur Zugriff auf Schneeball. Ja. 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 Ich bin weiterhörig fast befreit. Jetzt flexen. Ja. Ja. Ich hab 101 Proben. Wir haben heute viel, der Hargal was verloren. Dafür tue ich meinen. Jetzt gleich mein erstes Schiffsmodul holen. Boah. Er wird entscheiden, der durch orbital taktige Aussetzung verursacht. Ursache eine Explosion im weiten Radius, um ihren Mittelpunkt zu fügen. Ja. Warum nicht, ne? Hm. Fängert die Einsatzzeit von orbital taktikausrüstung. Das heißt, sie kommen dann schneller runter, ne? Hm. Ja. Ne, ne. Oder was habe ich immer? Wann habe ich Adler? Habe ich Adler? Was ich mache? Taktikausrüstung abklingt Zeit. Natürlich auch nicht schlecht, ne? Ja. Die Abklingzeitung 50% hat er öfter einsetzen, ne? Ja. 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 Da musst du gucken. Da steht nämlich nur... Nur für Adler. Die Explosierenden, ich meine, das ja mit der höheren Schaden. Dann müssen wir gucken, auch wenn ihr den Schleid, den Orbital schlager da ausgerüstet, dass die da aufgelistet sind. Ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, wie die mit Namen heißen. Ja, da musst du dir merken. Da musst du dir merken. Wie sehe ich da meine ganzen Sachen? Kannst du irgendwo sehen? Ausrüstung. Was du gekauft hast, ne? Ausrüsten tust du das ja immer was anderes. Je nachdem welchen Situation. Also ja, stimmt. Ich kann ja bei dem Bildschirm nachgucken. Ich habe, äh... Orbitalsperrfeuer. Das ist gar kein Adler. Äh... Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ich weiß nicht mal, welches... Wie hat heißt, weil ich mal Ausrüst sehe. Ich muss mal nachdenken. Äh... Ich habe... Äh... Ich habe... Ich habe... 120 Millimeter... Meter... Aber ich nehme mal die verringerte Abziehungszeit. Äh... Ich bin jetzt glaube ich kein Adler. Er hat 380 mm Orbitalsperrfeuer. Ich glaube ja. Ich glaube, das ist das, was ich benutze. Äh... 120... Ja... Ja... Ne, man hat... Hauptsache für irgendwas. Hm... Er hört den Schaden. Ja... Man hat keine der Sachen, die da benutzt, sind da aufgelistet. So... Militärische Überwachung sorgen jetzt zum Bezeichnen explodierende Schrapnelle als barbarisch grausam und bestens gehalten zur Verbreitung der Demokratie. Cool. Na Gott. Da sollte ich mir dann noch so ein Ding mal holen. Ich kann mir jetzt... Ich kann mir lange anhalten auch jetzt holen. Was hat das lange anhalten? Was? 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 Was ist das? Du bist im Einsatz, sollst du dich mit deinen Team-Mitgliedern absprechen? Kann der Daniel Daniel einnehmen? Ich bin der Tore! Na 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 na. das auf der karte los ist wahrscheinlich war der unterschied zwischen meinen beiden geschützen ist ich habe zwei stück aber ich verstehe den unterschied nicht naja ich glaube schon eine abgängtheit wird bestimmt irgendwie haben bestimmt nicht die ganze zeit da bleiben nehme ich an da ist ein pot irgendwo zum einsam wird gott da seid ihr der elefantenfriedhof von könig der löwen aber ich will darüber wo weiter mal hier noch und liegt hier diese maschine scheint keine köstlichen erfrischen getränke weil wir noch mal sehen anforderungsscheine ein paar anforderungsscheine gefunden in seiner kapsel ich glaube da ist gleich wieder eine die kann mittlere panzerung durchschlagen macht aber irgendwie weniger schaden als das normale liberator ich hab mir schon geändert jetzt gehen hat hier eine hauptwaffe ja ich habe der verbesserte version vom liberator durchschlagen ich habe eine verbesserte version von deiner hauptwaffe nämlich machen ich weiß ja nicht welche hauptwaffe du hast du den liberator als hauptwaffe ich habe ein schrotgewehr liberator nicht die die allererste waffe die wir hatten wie macht man das noch mal mit den schrotgewehr kann ich nichts machen leider ich kann halt auf normal und halbautomatisch ja noch mal unterschied zwischen das war glaube ich dann tut irgendwie so drei schlüsse auf einmal irgendwie abschließen ich mach mal ich sehe gerade meinen maschinengewehr kann ich auch da machen ok aber sehr sehr unterschied 630 rpm 760 rpm unten pro und bedeutet hat ich glaube auf der tüste ja so müssen wir hier machen warum nicht da ich weiß nicht ob das der längere oder der kürzere war ich will da weggehen da ist hat er schon wieder was gerufen ja 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 denke ich gut irgendwie um so gebiet kaputt sagen ja so nur sei da nein nicht stehen bleiben habe ich die rakete direkt über mir weg geflogen falls gesicht beider ich treffe die von hinten nicht so ich habe meine pistole die nur halbwegs von weiten trifft ein orbital gute arbeit geleistet ja schauen wir uns hat feuerberg an das ist ein ding es kann irgendwie gesehen wie sein flair ist irgendwie voll durchgedreht soll ich mal ein anderes mal versuchen war noch ein orbital denken ist das lange ich habe das hat längere jetzt ich habe gesagt ein bisschen weg gehen ich habe sehr groß doch mal kart aber ja ich hab nichts aktiviert ich habe eine roboter irgendwo da sind welche weiter natürlich muss ich jetzt nachladen immer der selbe scheiß nein ja natürlich muss ich jetzt schon wieder nachfragen aber wird macht sagt okay dann hätte ich bitte nicht auf automatisch da da haben wir eine granate sondern lichter also ich habe mein geschützt platziert ich muss mal ausprobieren und da weiß jetzt der unterschied zwischen den also der ball hat okay ich muss erst heraus wenn man hier ist mein mg hier die munitionen ja beeinflussen warum sollte ich nicht so viele schüsse wie möglich auf einmal klappt schon klappt schon ich habe genug und sehr spart na aber ist ja groß man muss man ja machen auch ein schützball auf irgendwas wo da hinten kommen soll ja voll daneben kollege wir haben es hier im problem auch noch mal nicht du ausrichten okay immer noch das ist gut das ist gut das ist gut das ist gut ja das ist jetzt blöd okay wir gehen mit alle weg ja ja das ging ja relativ schnell sind wir noch nicht fertig okay auf zum elefantenfrieden taktik da hat nur klaren einsetzen um upload zu beginnen ich nehme mal hier in die knochen ja dann ihre kunden werden das upload zu beschützen hat sogar man schützt mich ich hole mal meine minen ok ja hm ach das ding hier das hat nicht an das hat nicht an da hab ich gesehen daher wer machst du da gar nicht ja 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 das hat man in der karte okay zur in explosion da das entgegla treffe ich die von hier außen nein zu weit ja wir mit deinen sägen weg die musik ist voll science fiction hier müssen wir bei wasser wir können schwimmen ich bin da sind gegner alle proben jetzt alle weg wenn wir angezeigt hier noch ja ja die sind weg ich bin auch wenn kommen gegner wir sind ja weiter achten wir kreierung ist schon verfügbar stimmt ja ich bin sehr weit weg gerade ich habe mein geschützt aber geschützt bei auf das ding bringt überhaupt nichts cool aber da habe ich gesehene typen ich weiß die schwarzstelle von denen im bauch oder kopf rote kopfler ich muss nach sein ich wollte sagen kamerade schüsse ja was hat sich bewegt alles voll manchmal einen ganzen weg herumlaufen ich sehe aber nicht so viele goldene dinge sachen zum einsamen nein eine proben wenn die ganze zeit auf der karte angezeigt wenn ich auch so ein ding man schon geöffnet ja dann sagt er aus wie zum pot er war auch mal irgendwann gegen roboter und käfer auf einmal kämpfen so allen sind alle gegen alle free fall irgendwie ja ja der welt mehr karte angezeigt sachen der kunde ist ja schön und gut aber so ein bisschen richtung ziel müssen wir schon du gehst in die andere richtung ja in der richtung da ist er schon wieder abseits ich habe geschützt da hinten ist aber ich krieg da nicht kaputt der links gerufen das gab aber leute soweit nur zwei stück den gehen die verstärkung aus dem wieso sehr geschwächt wir haben keine roboter sprungpaket ein sprungpaket so für umsonst ausgezeichnet irgendwann nein 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 ich sehe nichts man kann das genau davor wo ich hinschieben will ich habe mich ich habe gerade zehn leute auf einmal mit einer galate abgeknallt gesprengt ah was ist das schon wieder aber ich habe hier schon wieder einen glitsch da doch mal an ich war gerade am zoomen dann hat er mich mit einer rakete beballert und schon habe ich wieder nur noch die karte aber man boah das war jetzt wieder blöd ich habe jetzt nur noch wieder die karte gesehen was soll der quasi immer weiß ich auch nicht auf die schießen ganz schön hart schön wenn man sich gerade heim will und dann ballern ja einfach weg und halten einen auf dann ich gehe genau da hinten die demokratie ist gelandet aber ja ich bin noch am spritzen man nur egal er lässt sich doch nicht von ein paar angriffen abhalten du hast mich gehauen jetzt kann ich mich nicht mehr spritzen aua ja wir sind ja eine richtung da hinten sind voll viele gegner sich gerade jetzt meine ganzen sachen ich weiß nicht weiß ich nicht war war dann sprung packen und alles schönes zeug ich habe den der kopfwerke ballert alles klar aber es ist mein zeug hier jetzt sind wir überall gegner eine rakete war ich weg ich habe noch mein geschützt passiert war gerade mein geschützt passiert hat er mir gegen den kopf geballert da kommt schon wieder welche warum sind wir noch hier das verschwinden ich gehe einfach tschau na da sind gegner ist klar na piste euch na piste sich hier noch keine meiner sachen hier ich weiß mal meine ganzen sachen ja da kann man wie viel da schon wieder sind immer ecke weiter kommt schneller runter alle alle ja ja so quadro kill wenn ich richtig eine reichweite bin da war schon wieder action heilig 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 ich habe sich dabei am spritzen wird getroffen hört dann auf es war nervig ich dann einfach durch meine sachen leider verloren ja ich bin genau darum danke das ist aber schmeckt die freiheit sagt er nachdem er zwei sekunden vor ein ding strecken meine nähe geworfen ja schon müssen schneller junge jetzt kommt so von nach kann aber ich hatte ich wollte ich ja habe ich gesehen ich will noch nicht baden gehen nein da sind deine klamotten ja warte das stück ja wie soll ich dich erledigen wo ist ein schild ich habe keine galaten die viele sind hier hab ich jetzt wasser eingeschossen alter ist aber gut und ich rufe orbital feuer ich muss ja weg ich sehe ja überall schlüssel einfach nur ja wie geht's ja oh mein gott von da kommen welche von da kommen welche warum sind wir so viele schüsse ich habe noch nicht mal meine maschinen gewährten daheim ich kann da nicht mal sparen war da ist ein typ weg oh mein gott war bis durch da ist euch war hat es euch schon mal mein schien gewerr war da ja die sind schon wieder hier ja ich kollege mein kopf meinen bein meine arme verloren jetzt hat mein ding ja so in den pelikan rein reiner ich würde jetzt nicht sehr viel schwieriger als die käfer wenn ich ganz ehrlich ist irgendwie der gleiche level an stets für mich ein ganz schön viel medaillen oder bin ich mir nur ein 1000 medaillen promissionen irgendwie das relativ viel wer geht da wieder nach hause diese beiden und das auch noch schnell